Willkommen zu einer neuen Folge von Softwarearchitektur als Beruf. Wer bist du? Mein Name ist Alexander Simon, bin Geschäftsführer, IT-Consultant, IT-Berater, Trainer für den Bereich Softwareentwicklung in meinem Unternehmen, zusammen mit meinen Kollegen. Darüber hinaus bin ich Familienvater, Ehemann, bester Freund. Könnte man zusammenfassen, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Was machst du? Ich berate Unternehmen im Bereich der Softwareentwicklung. Ich selbst komme aus der Softwareentwicklung, habe jahrelang Produktivsoftware entwickelt im Banken- und Versicherungsbereich und gebe mein Wissen und Erfahrung, das ich über die Jahre erfahren habe und immer noch erfahre, an Kunden weiter. Durch manchmal sehr pragmatische Art und Weise, manchmal durch sehr strukturierte Art und Weise, situationsabhängig. Ich glaube, das kennt jeder. Was steht auf deiner Visitenkarte? Es ist wirklich interessant. Es steht nichts auf meiner Visitenkarte von meiner Berufsbezeichnung, weil eigentlich jeder weiß, was ich tue. Was mache ich? Ich bin untriebig. Ich berate die Softwareentwicklung. Ich berate Entwickler. Ich berate Projektleiter. Ich bin die Schnittstelle zwischen Management und Entwicklung. Ich schaffe Verständnis. Ich mache implizit ist explizit. Irgendwie weiß das jeder und deswegen habe ich das da nicht drauf geschrieben. In Wirklichkeit wusste ich gar nicht, was ich draufschreiben sollte, weil ich das alles mache. Wie bist du da hingekommen? Nach der Grundschule habe ich die HTL in Salzburg besucht. HTL heißt Höhere Technische Lehranstalt. Dort gibt es unterschiedliche Abteilungen und Bereiche, in denen sich Jugendliche fortbilden können und entwickeln können. Es gibt zum Beispiel die Bereiche Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, Maschinenbau, Hoch- und Tiefbau und Textil. Und ich habe Elektrotechnik und Elektronik besucht, diese Abteilung. Da schließt man ab mit einer Matura oder mit einer Studiumsberechtigungsprüfung. Und danach bin ich nach dem Präsenzdienst beim Bundesheer, bin ich dann ins Berufsleben eingestiegen. Zuerst als Softwareentwickler im Banken- und Versicherungsumfeld und dann bin ich gewechselt in die IBM-Welt, wieder im Banken- und Versicherungsumfeld gelandet. Eigentlich, ja, so ist es. Mein Arbeitgeber hat mir damals die Möglichkeit gegeben, parallel zu studieren, also mein Studium abzuschließen, ein Informatikstudium. Und ja, was sind so die wichtigsten Eckpfeiler? Zu lernen, dass Software ein Artefakt ist, das gemeinsam entsteht, das nicht im stillen Kämmerlein ohne Anforderungen entsteht, sondern dass die größten Änderungen einer Software sich dann ergeben, wenn der Kunde sie zum ersten Mal sieht. Das habe ich schon als sehr junger Mensch gemacht, diese Anforderungen erkannt. Nämlich, wenn man dann das erste Mal am Telefon sitzt, mit dem Bankberater telefoniert und er als junger Entwickler die Erfahrung macht, man hat seinen ganzen Schweiß reingesteckt und dann sagt dein Gegenüber am Telefon, ja, ganz nett, aber so wollte man das nicht. Also sehr schnell implizit das explizit machen. Das wäre so ein Eckpfeiler. Und wenn man mal so eine Nacht durcharbeitet, das ist so ein Eckpfeiler, dann weiß man das und wenn man das nicht dauernd machen will, dann weiß man, dass es ganz wichtig ist. Ein weiterer Eckpfeiler ist, als ich dann Salzburg verlassen habe und nach Mainz gezogen bin, habe ich jetzt den Arbeitsgeber gewechselt, dann Salzburg, Bankenentwicklungsfirma, dann IBM-nahe Firma und dort habe ich dann die Möglichkeit bekommen, ein Team zu leiten oder in einem Team mitzuarbeiten. Dieses Team war in Manila und bin dann auch eine Zeit lang in Manila verbracht und dort mitgeholfen und mitentwickelt. Organisatorisch habe ich das Team geleitet, aber in Wirklichkeit wollte ich das eigentlich nie. Ich wollte eigentlich immer mehr so die kollaborative Zusammenarbeit haben. Und da habe ich gelernt, dass unterschiedliche Kulturen es notwendig machen, unterschiedlich zu kommunizieren, um auch ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Das war damals für mich als junger Mensch auch eine sehr einprägsame Erfahrung, vor allem das Ganze rundherum mit anderes Land, andere Gepflogenheiten und so weiter und so fort. Und ja, damals sehr lange auch sehr engen Kundenkontakt gehabt und ich kann mich da erinnern, dass ich da eines Nachts mit einem Kollegen von der Siemens zusammengesessen bin und wir haben dann gefühlt die ganze Nacht ein Problem gesucht, behoben. Und wir waren nicht immer einer Meinung, aber wir hatten ein gemeinsames Ziel, was zur Folge hatte, dass wir sehr lebhaft diskutiert haben, unterschiedliche Gesichtspunkte betrachtet haben dieses Problems und dann gemeinsam auf eine Lösung gekommen sind. Und das hat man heute auch noch tagtäglich oder hoffentlich nicht die ganze Nacht, aber tagtäglich. Und das ist auch so ein wichtiger Eckpfeiler für mich zu verstehen. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, wenn man das gleiche Ziel verfolgt, erzählt das Ergebnis am Ende des Tages. Also wenn man mich so fragt, was sind die wichtigen Eckpfeiler, dann sind diese drei Erfahrungen so die Eckpfeiler. Was hat dich zuerst in den IT-Bereich hineingezogen? Die Ausbildung. Also muss man auch ganz ehrlich sagen, in 16 Jahren weiß man noch nicht, wohin einem der Weg verschlagen wird. Meine Eltern wussten das schon. Meine Eltern haben gesagt, du machst was mit Technik, das hat Zukunft. Okay, naja, jetzt muss man dazu sagen, dass ich früher schon seit Kindheit, Alter sehr gerne Sachen zerlegt habe. Alles. Meiner Generation waren es Kassettenrekorder, Schallplattenspieler, alles was Technik war, habe ich zerlegt und wollte verstehen, wie ist das aufgebaut. Mit zunehmendem Alter konnte ich es dann auch wieder zusammensetzen und mit der zusätzlichen Ausbildung der HTL. Und so kam das eins zu eins, Elektronik, Elektrotechnik. Irgendwann kommst du in den Bereich IT und für diejenigen, die die HTL nicht kennen, du beginnst jetzt sehr früh, Software zu entwickeln in Form von Programmierung. Zu meiner Zeit waren das Zehn und Assembler, dass ich erfolgreich verdrängt habe, dieses Wissen. Nichtsdestotrotz lernst du sehr, sehr früh, industrielle Steuerungsanlagen zu entwickeln und auch zu programmieren. Und dort brauchst du schon eine gewisse Struktur, die Sensoren, der Ablaufbahn, sondern du simulierst das Ganze auch. Du layerst die Platinen, du schreibst die Software dafür. Und so begann das eigentlich. Und es hat mir Spaß gemacht. Es hat mir Spaß gemacht, etwas zu erstellen und etwas zu bauen, das einen Nutzen hat. Das hat mich in den IT-Bereich hineingezogen. Traditioneller Weg, die Ausbildung. Was war dein schlimmster beruflicher Moment? Ich denke damit am Schmunzeln zurück, weil nach der Schule, also nach der HTL, muss man oder habe ich den Grundwehrdienst absolviert. Und ich war beim Pionierbataillon. Warum? Nicht, weil ich wollte, sondern weil es das Schnellste war, was man machen konnte. Also ich wollte schnell zu arbeiten beginnen und habe gesagt, okay, Militärbataillon angerufen und gesagt, okay, was kann man machen? Ich möchte einrücken. Und dann gesagt, ja, weil der Pionier ist was frei. Dann sage ich, okay, cool, mache ich. Ohne darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet. Und die bauen Brücken, die sind sehr, sehr viel auf Verlegung, das heißt, die sind unterwegs, die reparieren Forstwege, die machen militärische Ausbildungen im alpinen Bereich. Also alles das, was ein Schüler bis jetzt noch nicht, also bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gemacht hat. Und in diesen zehn Monaten war ich 24 Mal auf Verlegung, das heißt, wir waren 24 Mal woanders und habe irgendwas gebaut oder waren auf Übung. Und in dieser Zeit habe ich vergessen, mich zu bewerten, weil es einfach so ein hoher Druck und Stress war und man denkt halt nicht an alles. Und habe dann gesagt, okay, bin dann abgerüstet und stand dann ohne Arbeitsplatz da. Ja, und habe mich dann zum AMS begeben. AMS heißt Österreich Arbeitsmarktservice. Und habe dann gesagt, okay, hier bin ich, ich suche Arbeit. Wusste aber gleich, dass ich mir selbst Arbeit suchen werde. Nichtsdestotrotz war ich zwei Wochen arbeitslos in meinem Leben. Das ist die schlimmste Zeit überhaupt. Gerade in so einem jungen Alter drehen sich die Gedanken im Kreis, im Kopf. Das war eine sehr unzufriedenstellende Zeit. Für mich witzigerweise. Bei diesem AMS-Gang stand da die IBM-Bus vor der Tür. Die haben damals ein großes Ausbildungskonzept und Ausbildungsinitiative gehabt. Und ich bin da rein und habe gesagt, so, hallo, ich würde mich gerne mal bewerben. Ich habe dann einen Bewerbungstest gemacht und habe alles abgegeben. Dann bin ich nach Hause. Dann begannen eben diese zwei angesprochenen Wochen. Und eines Montags morgens bekam ich einen Anruf mit der Frage, wo sind Sie? Und ich muss gestehen, ich bin erst aufgestanden gewesen. Wer sind Sie? Und wo soll ich sein? Und dann haben sie gesagt, ja, hier spricht das Recruitment der IBM. Sie sollten in Wien sein. Und eine lange Rede, kurzer Sinn, da ist irgendwas im Recruiting schiefgelaufen. Ich bin dann nach Wien und habe dann dort meine Ausbildung als Mainframe-Developer im Bett schon online bei der IBM gemacht. Lustige Zeit. Was ist die wichtigste nicht-technische Fertigkeit, die dir in deinem Beruf geholfen hat? Man sagt Soft Skills dazu. Also die Fähigkeit, an Prozessen vorbeizudenken, wenn sie nicht funktionieren. Meine Kommunikationsfähigkeit, Dinge und Punkte explizit anzusprechen, wenn sie mir nicht klar sind. Und den Kontext und die Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Das sind also typische Soft Skills, die helfen mir zu meinem technischen und technologischen Wissen dazu. Ich denke, dass ich sehr gut mit Menschen zusammenarbeiten kann. Müsste man jetzt andere Menschen fragen, die das sehen, aber ja. Welche Rolle spielt Softwarearchitektur in deinem beruflichen Leben? Eine zentrale. Strukturen zu schaffen, Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, Anforderungen zu berücksichtigen, eine Lösung zu präsentieren, die für Anwender und Nutzer einen Wert schaffen, ist etwas, was mein tägliches Arbeitsleben und das Arbeitsleben meiner Kollegen beherrscht. Das heißt, Softwarearchitektur ist ein zentraler Bestandteil meiner Arbeit. Darüber hinaus gebe ich auch noch Schulungen und Workshops und von dem her ergänzt sich das. Also eine zentrale Rolle. Auf welche beruflichen Ziele konzentrierst du dich derzeit? Ist es schlimm, wenn ich sage, ich habe jetzt nicht die beruflichen großen Ziele. Ich bin, wir sind zufrieden. Es ist so, dass ich in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess stecke. Ich möchte die Sachen, die ich kann, verbessern, die Fähigkeiten, die Stärken, aber auch die Schwächen angehen. Ja, es gibt jetzt keine Ziele, dass ich jetzt wachsen in Form von mehr Aufträgen oder mehr Umsatz. Das ist zum Glück in unserer Branche. Ja, wenn du gut bist, dann baust du dir einen gewissen Kundenstock auf, mit dem wir auch sehr zufrieden sind. Das heißt, Stärken ausbauen, Wissen und aktuellen Stand bleiben, das sind schon meine Ziele. Ich habe aber keine Roadmap dafür. Was ist die Einschränkung an deinem Beruf? Die mit Sicherheit größte Einschränkung, seitdem ich in diesem Beruf arbeite, ist die Reisetätigkeit. Ich habe vor kurzem erst wieder mit einem besten Freund darüber reflektiert und das ist genauso ein Punkt, bester Freund. Man ist sehr viel unterwegs. Also es ist bei mir so abgelaufen, dass ich teilweise Sonntagabend in den Zug und in den Flieger gestiegen bin, am Freitagabend zurückkam. Und das ist schon ein sehr hoher Reiseaufwand. Also dort Freundschaft, das in der kurzen Zeit übrig bleibt, Freundschaften zu pflegen, ist eine Herausforderung. Auch darüber hinaus noch für die Familie da zu sein, erfordert schon den massiven Einsatz moderner Medien wie Skype, Whatsapp und so weiter. Das heißt, das ist in Wirklichkeit die größte Einschränkung. Seit der Situation mit Covid-19 hat sich das ein bisschen entspannt. Jetzt ist aber so, dass die Meetings sehr eng getaktet sind. Das heißt, puh, man ist zu Hause. Ich genieße das auch, zu Hause zu sein. Aber wenn man es mich fragt, was ist die größte Einschränkung für mich, dann ist es in der Tat die Reisetätigkeit. Drei Ratschläge an dein 18-jähriges Ich. Also ich bin mir ziemlich sicher. Nein, ich weiß, dass ich diese Ratschläge nicht angenommen hätte. Ja, also erster Ratschlag. Wenn du es nicht verstehst, ist die Chance groß, dass dein Sachverhalt auch jemand anders nicht versteht. Also frag immer nach. Hintergrund ist dabei, manchmal fühlt man sich blöd dabei, nachzufragen. Und das ist auch etwas, das ich erst im weiteren Verlauf gelernt habe. Aber das ist überhaupt nicht blöd. Das ist notwendig, Sachen explizit anzusprechen. oder explizit zu hinterfragen. Also das wäre mal so mein erster Ratschlag. Zweiter Ratschlag, sei geduldig. Sei geduldig in deiner Arbeit. Sei beständig. Bleib an Sachen dran. Und der dritte Ratschlag, bleib wissbegierig. Interessier dich für Sachen und arbeite sie aus. und nimm dir mehr Zeit, Sachen wirklich konzentriert auszuarbeiten. In Österreich würde man sagen, damit sie für dich Hand und Fuß haben, das wären so diese drei Ratschläge unter dem Hintergrund, dass je öfter du den Kontext switcht, sehr viel Zeit verloren geht. Ja, also lieber kontextfokussiert arbeiten, hätte mir bei der ein oder anderen Prüfung sehr geholfen, dieser Ratschlag. Was möchtest du den Leuten mit auf den Weg geben? Die drei Ratschläge, die ich meinem 18-jährigen ich gegeben hätte. Ja, das möchte ich den Leuten mit auf den Weg geben. Arbeitet fokussiert, arbeitet an Themen, fragt explizit nach, bei Themen im Rahmen der Software Architektur natürlich. Bleibt dran. Bedenkt Alternativen, diskutiert Alternativen, nehmt euch die Zeit und das ist auch jetzt wieder in Bezug auf Kontext Switching das, was auf einen Ratschlag geht. Ich sehe sehr häufig, dass IT-Lösungen gebaut werden mit dem Argument, wir haben keine Zeit und das ist so das Henne-Ei-Problem, das sich daraus ergibt, nämlich wir haben keine Zeit, teilweise Optimierungen zu machen und diese Optimierungen würden uns dabei helfen, Zeit zu sparen. Also das ist so, es gibt so ein gutes Bild, so ein Lego-Bild, wo ein viereckiges Rad geschoben wird und einer sagt, wollen wir das nicht rund machen und die Antwort darauf ist, nee, wir haben keine Zeit, das rund zu machen. Also das wäre mein Ratschlag, wir entwickeln IT-System langfristig, langlebig und darauf müssen wir auch achten und dazu braucht man auch die Zeit, sich mal zurückzulehnen und Sachen zu durchdenken, explizit mit seinen Kollegen anzusprechen, mit dem Ziel, aktiv zu werden und nicht reaktiv in Probleme reinzulaufen, diese zu beheben. Das wäre mein Ratschlag. Was machst du in deiner Freizeit außerhalb der IT? Es bleibt nicht mehr recht viel übrig an meiner Freizeit, aber eines mache ich sehr exzessiv und das ist Crossfit. Crossfit ist Functional Fitness, wurde von Greg Glassman aus dem militärischen Bereich in den zivilen Bereich gebracht mit Körpergewichts Übungen und Olympischen Gewicht Heben. Das trete auch bei Competitions an und das nimmt schon, wenn man das einigermaßen ernst nimmt, sehr sehr viel Zeit in Anspruch und das sind vier Trainingseidheiten in der Woche mit konstanten Muskelkater seit einigen Jahren, aber das ist etwas, das mache ich sehr gerne, es ist so der Ausgleich zu meinem täglichen Berufsleben, wo ich sehr viel geistig arbeite, ist das körperliche Auspowern einfach der Gegenpol dazu, den ich nicht missen möchte und auch mittlerweile ganz ehrlich gesagt nicht mehr missen kann, um entspannt in das ein oder andere Meeting zu gehen. Danke fürs Zuhören, vielleicht sieht man sich mal bei der einen oder anderen, bei dem einen oder anderen Kongress, würde mich freuen, spreche mich an, ja, alles Gute, Papa